Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Aber sie hat sich als wertvolle Gefährtin erwiesen. Ihre Magie ist sehr machtvoll. Okay, dann reden wir mal mit ihr. Der mit den Azadi Geschäfte macht, ist Old Town unsere beste Möglichkeit. Aber dort ist nach Sonnenuntergang alles geschlossen. Dann morgen früh. Als erstes. Klingt gut, aber du wirst allein gehen müssen. Juwan und Bryn passen morgen auf das Essen auf. Ben Riem hilft ihnen, in Kontakt mit einigen zu kommen, die uns unterstützen. Fein. Ich werde am Morgen Nachforschungen in Old Town anstellen. Mögen die Sterne heute Nacht deine Anstrengungen beflügeln, April Arne. Oder was sagst du manchmal? Hals- und Fußbruch? Hals- und Beinbruch. Aber mir ist der Spruch, mögen die Sterne für dich scheinen, lieber, Naana. Gut. Soviel dazu. Dann können wir, glaube ich, hier runtergehen. Ja, der Haufen, den sie da zusammengetrieben hat, der ist schon ziemlich in Ordnung. Lass mich raten, wir sind in der Journey Inn. Ah, wo ist die's doch? Ben Riem hat all die verbotenen Bücher verbrannt und hat eine Anzahl von denen gekauft, die von den Azadi erlaubt sind. Aber niemand liest sie. Oh, warum wohl? Kann man die auch ansprechen? Ben Riem hat all die verbotenen Bücher verbrannt und hat eine Anzahl... Ich kenne keinen mehr von denen, die jetzt hierher kommen. Die Kneipen und Tavernen... Hoppala. Sorry. In Journeyman werden traditionelle Werte hochgehalten und du darfst sein, wer du bist. Bei den Azadi hingegen müssen alle gleich sein. Hört sich nicht so lustig an. Wer bist du? Die Atmosphäre hier im Journeyman hat sich seit meinem letzten Besuch in der Stadt ganz sicher verändert. Dies ist einer der wenigen Orte, der noch genauso aussieht wie vor der Zeit, da die Azadi kamen. Abgesehen von diesem modernen Zapf an. Es ist ein bisschen still dieser Tage, aber Ben Riem serviert noch immer das beste Essen und die besten Getränke in der Stadt, da gibt's keinen Zweifel. Ja, mit Sicherheit. Reden wir mal mit Ben Riem. Dings? Wohin gehst du um diese Stunde? Geschäfte. Ich werde wohl erst spät zurück sein. Na schön. Du weißt, wo der Schlüssel ist, April. Halte bitte ein Auge auf Bryn, dass er mir nicht folgt. Dieser Junge, er hängt an dir, April. Er vergöttert dich. Du trägst eine Verantwortung ihm zu. Verantwortung. Da ist es wieder dieses Wort. Er ist erwachsen. Ich kann nicht für immer auf ihn aufpassen. Du hast sein Leben gerettet. Du bist die einzige Familie, die er hat. Vergiss das nicht. Vielleicht suchst du die Gefahr. Selbst den Tod. Doch vergiss nicht die anderen, die abhängig von dir sind. Sie sollten sich jemand anderen suchen, an dem sie sich hängen können. Ich kann nicht der Schutzengel von allen sein. Oder gar ihre Mutter. Du hast wenig Glauben an dich selbst und andere Kindchen. Aber ich werde dich nicht weiter mit meinen Weisheiten belästigen. Ich habe Arbeit zu erledigen. Viel Glück heute Nacht. Was auch immer du tust, pass auf dich auf. Wenn schon nicht zu deinem eigenen Besten, dann wenigstens für irgendjemand anderen. Ja, sie hat ihren Glauben verloren. Da hat Ben Riem, glaube ich, recht. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht mehr zurückgekehrt nach Stark. Das war alles einfach zu viel für sie, was da passiert ist. So. Ist hier der Weg frei? Okay, Wache steht zwar nicht mehr dran. Was ist hiermit? Du kannst hier nicht durch. Es herrscht Ausgangssperre. Das Ghetto wird am Morgen wieder geöffnet. Okay, da geht's zum Ghetto. Der Stau ist zwar jetzt weg, aber wir kommen trotzdem nicht hin. Naja, wir wollten eh in die andere Richtung. Wir wollten ja zu diesem Turm, den wollen wir uns mal anschauen. Hat April eigentlich irgendwas im Tagebuch geschrieben? Ne, hat sie nicht. So, und ich hab doch gesagt, wir werden irgendwann mal in diesen Turm rein müssen. Und ich schätze mal, das ist jetzt der Fall. Und ich denke, wir werden über dieses Gerüst da hinten reinkommen. Weil ich glaub nicht, dass die uns so reinlassen werden. Ich mag die Nachtarbeit. Es ist so ruhig und friedlich. Man kann sich selbst denken hören. Okay. Ja, da geht's auf jeden Fall nicht rein. Hab ich auch nicht wirklich damit gerechnet gehabt. Dann mal auf zum... Beziehungsweise, was ist da hinten jetzt noch? Ist da ja noch irgendwas? Und da hinten am Gerüst steht auch nur Wache. Ob das mir gefällt, weiß ich auch noch nicht. Okay, was ist mit der Wache da hinten? Ich würde sagen, wir gehen gar nicht zu der Wache erst hin. Dann versuchen wir gleich unser Glück hier hoch. Wenn wir uns schleichen, sind wir zwar langsam, aber wir kommen vielleicht da hin. Können wir da hochkommen? Nein, da kommen wir nicht hoch. Ich werde einen Weg finden müssen, um auf das Gerüst zu kommen, ohne entdeckt zu werden. Ich muss einen Weg auf das Gerüst finden. Aber erst, wenn ich mich um diesen Wächter gekümmert habe. Okay, wir müssen uns also um den Wächter kümmern. Wir können nicht einfach so... Ich muss einen Weg auf das Gerüst kommen. Aber erst, wenn ich mich... Was tust du da? Ja, ja, schreit doch noch alle zusammen. Naja, vielleicht hätte man das anders lösen können, wenn wir uns nicht von hinten angeschlichen hätten. Er ist tot. Ich sollte ihn von hier weg schaffen, bevor jemand seinen Körper findet. Er ist tot. Ich sollte ihn von hier weg schaffen, bevor jemand seinen Körper findet. Ja, aber ich kann das irgendwie nicht. Naja, ich kann ihn aber nicht weg... Ich sollte ihn von hier weg schaffen, bevor jemand seinen Körper findet. Ich kann ihn aber nicht weg stingsen. Das geht nicht. Naja, aber wir kommen aufs Gerüst hoch. Ich warte mich, ob es da auch eine andere Lösung gegeben hätte, ohne Kampf. Die Tür steht einen Spalt breit offen. Wenn ich das tue, wird man mich bestimmt bemerken. Och, da ist auch noch andere Leute. Hö. Hö. Okay, aber wir können ja nirgends was anderes machen. Ich kann den nicht belauschen. Das sieht ziemlich nach Asadi aus. Das sieht... Wenn ich nicht völlig falsch liege, ist dies die Amtsstube der Abgesandten. Ich habe direkt ins Schwarze getroffen. Alles klar. Die Amtsstube der Abgesandten. Das sieht ziemlich nach Asadi aus. Aber was, sonst können wir nichts machen? Äh. Ah, Moment mal. Da geht es irgendwie noch rüber. Aber da kommen wir auch nicht rüber. Ähm. Ja. Liegt es daran, dass wir jetzt irgendwie, äh... uns um den Wächter gekümmert haben? Ne, von da kommen wir wahrscheinlich. Von da kommen wir, aber da kommen wir nicht weiter rüber. Aber was ist das da? Sie hält ihren Tisch sauber. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Aha. Das ist das. Das hatten wir schon. Ah. Wir können hören. Ich kann nicht hören, worüber sie reden. Ich muss näher herankommen. Warum ging es vorher noch nicht? Die Verzögerung liegt nicht in meinen Händen, Profit. Rebellenüberfälle im Norden haben die Lieferung der notwendigen Rohstoffe behindert. Und weitere Verstärkungen von Sadir sind nicht zu erwarten. Können wir mitmachen, ganz ruhig. Natürlich. Ich verstehe das vollkommen. Wir werden ihn rechtzeitig fertigstellen. Wir haben noch Arbeiter angeheuert und wir kommen jeden Tag weiter voran. Wir werden die verlorene Zeit einholen, Profit. Der Turm wird zur Einweihung pünktlich fertig sein. Ich schwöre auf die Sechs, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Wer ist das? Wer hat ein Apostel gesandt, um das spezielle Problem zu lösen. Sie sagen, dass er einer der Besten ist. Ich habe ihn selbst noch nicht getroffen. Er kommt bald an. Wer ist dieser Prophet? Wie ihr wünscht, Prophet. Ich werde einem Menschen meines Vertrauens die Aufgabe antragen. Bitte, ich... Auf jeden Fall ist es ein männliches Wesen. Ja, ihr habt das überdeutlich klar gemacht. In mehreren Situationen. Es wird nicht dazu kommen. Ich werde meine Pflicht tun. Alles wird so sein, wie ihr es gewünscht habt, Prophet. Möge die Göttin euren Weg segnen, Prophet. Ihr Licht wird diese Welt reinigen und von allem Übel befreien. Das war seltsam. Ich sollte versuchen, ihm zu folgen und herauszufinden, was das für eine mysteriöse Person ist. Wäre sinnvoll. Ich glaube, die ist auch nicht glücklich mit ihr Haarstellung. Elisa, bring mir mein Abendbrot. Ich werde heute Nacht in meinem Arbeitszimmer speisen. Hattest du uns gesehen? Sieht nicht danach aus, oder? Ach, die Wache ist weg. So, aber was müssen wir jetzt machen? Zurück gehen wahrscheinlich, oder? Ja, doch, da ist er. Hey, das ist der Mann, den ich im Büro der Abgesandten sah. Dann folg mal den mal. Hätte ich vorgeschrieben. Es sollte ihm folgen. Ich möchte herausfinden, wer dieser Prophet ist. Das meinte ich ja. Den sollten wir definitiv folgen. Ich sehe nur, der hingeht. Vielleicht kriegen wir ja raus, wer es ist. Warum glaube ich nur, dass uns dann ein oder zwei Überraschungen noch zuteil werden? Könnte ich mir echt gut vorstellen. Wo ist er hin? Der geht ins Johnny Man Inn? Was? Damit hätte ich jetzt am wenigsten mitgerechnet. Oh, hier ist er nirgends mehr. Wir fragen mal. Ja, was ist? Oh, April. Du bist zurück? Gut. Brauchst du etwas? Wohin ist dieser Mann mit dem Umhang gegangen? Wer? Der Mann, der gerade durch die Tür gegangen ist. Er trug einen Umhang mit Kapuze. Niemand, auf den diese Beschreibung passt, war hier, April. Es ist eine ruhige Nacht und ich hätte ihn bemerkt. Das kann nicht sein. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen den Raum betreten sehen. Nun, ich mag alt sein, Kindchen. Aber ich bin nicht blind. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe viel zu tun. Ich weiß, dass ich sah, wie er den Raum betrat. Er kann doch nicht einfach verschwunden sein. Es sei denn, er ist so verschwunden wie Zoe. Hey. Ja? Bist du sicher, niemanden in einem Umhang mit Kapuze gesehen zu haben? Ich bin sicher. Entschuldige mich. Ich muss mich um meine Gäste kümmern. Vielleicht ist er ja auch aufgewachsen und ist nicht so verschwunden wie Zoe. Dass der auch stark kommt. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil... Oh, wo geht's denn da lang? Beziehungsweise, das wissen wir ja eigentlich. Oh, da... doch, da ist er. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir den nochmal finden. Jetzt bin ich mal gespannt, wo April rauskommt. Olivia? Ja, süße, ich bin's. Bist du... Nachrichten von Risa? Was? Du wirst ständig unterbrochen, Leif. Das Rauschen wird stündlich schlimmer. Teile vom Netz liegen schon brach. Kannst du mich hören? Kaum, es ist verrückt. Ich weiß, wir werden es kurz machen müssen. Irgendwelche Nachrichten von Risa. Noch nicht, aber ich kam eben in Warty City an. Wie ist es dort? Schön. Kühl, aber schön. Was ist los? Noch arbeiten? Risas Kontakt bei der Warty Corp. Er schützt seine Quellen ziemlich gut. Inzwischen wirst du einen Weg in den Konzerncampus finden müssen. Ich habe nichts erreicht, Leif. Aber ruf mich an, wenn du einen Namen hast, okay? Hallo? Wird nicht lange dauern. Die Verschlüsselung ist hochgradig, geradezu militärisch, aber ich bin fast durch. Okay, das ist gut. Ich sollte mich auf die Socken machen. Oh, und Olivia? Ja, Süße? Danke. Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen. Sei nicht albern. Auch mein Freund. Ich würde die Welt auf den Kopf stellen, um ihn zu finden. Ich weiß. Trotzdem danke. Die Verbindung wird schlechter, Schätzchen. Ich gehe jetzt wieder an die Arbeit und rufe dich an, sobald ich etwas habe. Bye. Ja, nicht sonderlich toll, was da gerade los ist. Die Verbindung wird immer schlechter. Das Netz bricht zusammen. Was wahrscheinlich auch mit der Situation in Arcadia zu tun hat. Schätze ich jedenfalls mal. Und ja, gut. Werden wir noch rausfinden wahrscheinlich alles. War das gerade nur ein Traum oder bin ich wirklich an diesem Ort Arcadia gewesen? Wer weiß, aber eigentlich ist es egal. Mein wichtigstes Ziel ist, Risa zu finden. Laut Olivia führen Risas Spuren nach Japan und nach Watte City. Es ist der einzige Hinweis und ich muss ihn nachgehen. Das klingt vertraut. Ich sollte ein Taxi zum Hafen nehmen. Da fehlten ein. Und sehen, ob es heute ein Tragflächenboot nach Hokkaido gibt. Watte City, Japan. Gott, wie früher. Ich habe jetzt ein bisschen mehr, dem ich nachgehen kann. Ich muss mir nur zu einem Tritt ins Watte-Kopp. Hauptkarte auf der anderen Seite des Canyons verschaffen. und dort Kontakt zu dem Verbindungsmann von Risa aufnehmen. Olivia sprach, mir bald mehr Informationen zu schicken. Bis dahin muss ich einen Weg da hinüber gefunden haben. Weil sie dann noch in der Lage ist, was zu finden. Wir haben ein Handy und einen Türöffner. Okay. Ja, da geht es wahrscheinlich zum Flughafen. Ich gehe nicht zurück. Erst wenn ich Risa gefunden habe. Ist auch klar. Und da drüben müssen wir wahrscheinlich rein, wie ich es schätze. Und es sieht nach einer eiferschweren Festung aus. Oder so irgendetwas. Naja, wir dürfen mal gespannt sein. Aber erst in der nächsten Folge. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Und tschüss. Bain, mein salz. Okay. 재 hin.